Nervös saß Sasuke vor dem, vor der, also demjenigen, dem die Bar gehörte. Und Sasuke war sich gerade überhaupt nicht sicher, ob der männlich oder weiblich war. Ohne Klamotten würde er bestimmt aussehen wie ein Kerl, aber er trug eine Perücke und Frauenkleider. Wo war er hier nur gelandet? Immer wieder versuchte er den Blick des Mannes, der halben Frau, wie nun auch immer, auszuweichen, denn er musterte ihn von oben bis unten. Sasuke kam sich ein bisschen vor wie ein Stück Fleisch beim Metzger und der Typ da würde ihm bestimmt über ihn herfallen und ihn abschlachten oder sonst was mit ihm anstellen. Doch schnell schüttelte Sasuke den Kopf und versuchte, diese Gedanken aus dem Kopf zu bekommen. Immerhin wollte er einen guten Eindruck machen auf den Mann vor sich und er hatte Naruto versprochen, einen Job zu finden. Er musste ja nicht ewig hierbleiben, nur um erstmal Geld ran zu schaffen. Der Mann, der sich mit dem Namen Kaizuke vorstellte, musterte Sasuke noch einmal und lächelte dann. Ich weiß gar nicht, was ein Schnittchen wie du auf der Straße macht, aber wenn du den Job haben willst, kannst du ihn gerne kriegen. Ich werde dich nur zu gern anstellen und du bist mit Sicherheit der niedlichste Stripper, den ich zu bieten habe. Sasuke versuchte nicht zu erröten, denn er wollte nicht, dass man ihm sofort anmerkte, dass er in dem Genre sowas von überhaupt keine Ahnung hatte. Dazu kam ja, dass er noch nie in seinem Leben gestrippt hatte. Nicht, dass er sich nachher wie ein totaler Trottel anstellte. Aber so schwer konnte es ja nun wirklich nicht sein, seine Sachen auszuziehen, oder? Kaizuke musterte Sasuke nochmal und stand dann auf. Na dann komm mal mit, mein Süßer, ich zeig dir alles. Aber sag mal, wie heißt du überhaupt? Sasuke überlegte einen Moment lang, dann sah er zur Seite und schluckte ein wenig. Du kannst mich Ray nennen, flüsterte er leise und senkte den Blick. Er wollte nicht unbedingt seinen richtigen Namen preisgeben und Kaizuke lächelte ein wenig. Ist gut, Ray, dann nenne ich dich eben so. Glaub mir, die echten Namen meiner Jungs interessieren mich nicht. Wenn du mir den nicht nennen willst, dann ist das okay. Da bist du nicht der Einzige. Ein wenig nickte Sasuke und ließ sich dann von Kaizuke die Räume zeigen. Hier kannst du dich dann umziehen. Und wenn du willst, dann kannst du auch gerne mal hier üben. Hast du sowas überhaupt schon mal gemacht? Sieht man mir das an? Muschelte Sasuke leise und Kaizuke grinste. Ja, du bist total schüchtern und leise. Da kann ich mir schon denken, dass du noch nie in einem Haus wie diesem hier warst. Außerdem kenne ich mich in dem Milieu ganz gut aus. Typen wie dich, die hier das erste Mal ihre Nase in die Erotikbranche strecken, erkenne ich schon von 500 Meter Entfernung. Leise räusperte sich Sasuke und sah Kaizuke fragend an. Und du denkst wirklich, dass ich der Richtige für den Job bin? Sasuke war sich da wirklich unsicher, denn er wollte nicht unbedingt irgendwas falsch machen. Kaizuke kicherte nur leise und nickte. Na aber klar doch. Suigetsu wird dir gleich alles mal zeigen. Dann kannst du dir das alles ansehen und... Und dann musst du es nur einmal selber machen. Wenn du es das erste Mal hinter dir hast, ist es gar nicht mehr so schlimm. Unsicher nickte Sasuke und ließ sich auf einen der Plätze in der Bar sinken. Er hatte alles gut im Blick und hoffte, dass er wirklich etwas lernen würde. Als der junge Mann auf die Bühne trat, musterte Sasuke ihn und stellte erstaunt fest, dass er mit Sicherheit nicht älter war als er selbst. Kaizuke ließ sich neben ihn auf seinen Stuhl fallen und hielt Sasuke ein Getränk hin. Hier, trink was. Dann wirst du gleich ein bisschen lockerer. Ein wenig nippte Sasuke an dem Getränk und hustete dann. Das ist ja Alkohol drin, murmelte er leise und Kaizuke kicherte. Natürlich ist da Alkohol drin. Ich habe doch gesagt, dass du lockerer werden musst. Neugierig beobachtete Sasuke, wie sich Suigetsu langsam zur Musik auszog und dabei dem imaginären Publikum laszive Blicke zuwarf. Ein wenig schluckte Sasuke und erhoffte, dass er das wirklich schaffte. So schwer sah das zwar nicht aus, aber es war auch nicht sonderlich einfach. Mulmig war ihm jedenfalls jetzt schon. Nur kurze Zeit später stand Sasuke dann selbst auf der Bühne und gab sein Bestes, um Suigetsu nur halbwegs gleich zu tun. Dabei versuchte er das Ganze, was er da machte, so verführerisch wie möglich aussehen zu lassen und er war ein wenig erstaunt, als Kaizuke tatsächlich überzeugt war. Deine Bewegungen sind zwar noch ein bisschen mechanisch, aber wenn du das erstmal ein paar Mal gemacht hast, dann kommt das ganz von allein. Also wenn du willst, kannst du hier anfangen, meinte der Barbesitzer und reichte Sasuke die Hand. Wir machen das ohne Vertrag. Ich gebe dir gleich eine Liste, auf der steht, wie oft und wann du auftreten wirst und dann gucken wir mal, wie es als Publikum so auf dich reagiert. Sasuke nickte und irgendwie schwirrte ihm ein wenig der Kopf. Unbeholfen schlüpfte er wieder in seine Sachen und Geheuer war ihm die ganze Sache noch immer nicht. Schließlich hatte er gerade nur in Boxershorts da gestanden und er wusste nicht, wie das sonst so laufen würde. Wahrscheinlich musste er sich da sogar irgendwann ganz ausziehen. Augen zu und durch, dachte er sich. Vor der Bar lief Naruto nervös auf und ab. Er hatte beschlossen, Sasuke alleine in den Laden zu schicken, weil er nicht wusste, wie das aussah, wenn Kaizuke wusste, dass sie sich kannten. Nicht, dass er Sasuke nachher auch für einen Stricher hielt. Ein wenig unsicher knabberte sich Naruto auf der Unterlippe herum. Das war für ihn kein sonderlich schönes Gefühl, zu wissen, dass Sasuke da ganz alleine drin war. Er wusste ja nicht, wie Kaizuke auf den Schwarzeigeren reagierte oder was sonst noch so geschah. In solch einem Laden konnte alles Mögliche passieren. Aber als Sasuke dann endlich wieder aus der Bar kam, war es schon erleichtert. Aufgeregt sah Sasuke an. Na und? Hast du den Job? Als Sasuke nickte, fiel Naruto ihm einfach um den Hals. Doch dann blinzelte er ein bisschen. So richtig freuen tust du dich aber nicht, kann das sein? Sasuke lächelte entschuldigend und zupfte ein wenig an seinen Klamotten. Für mich ist das noch immer komisch, dass ich mich ausziehen soll. Ich frag mich noch immer, wer dafür bezahlen soll, dass ich dann nackt rumhüpfe. Jetzt musste Naruto doch lachen. Grinsend klopfte er dem Uschiya auf die Schulter und schmunzelte. Weißt du, so wie Hidan dich heute Morgen angesehen hat, würde er eine ganze Menge dafür bezahlen, dass du dich für ihn ausziehst. Wenn wir dem erzählen, wo du arbeitest, kannst du dir sicher sein, dass du schon mal einen eigenen Stammgast hast. Leise hustete Sasuke und sah Naruto an. Na danke, nuschelte er in sich herein und verschränkte die Arme vor der Brust. Auf diesen komischen Typen konnte er eigentlich schon mal locker verzichten, wenn er ehrlich war. Naruto kicherte noch immer und lief neben ihm her. Na komm, lass uns erstmal was essen. Ich lade dich auch ein. Da du ja jetzt einen Job hast, wirst du mir demnächst wohl auch einen ausgeben. Ist ja wohl klar, oder? Grinste er breit und Sasuke nickte zustimmend. Die beiden begaben sich in einen kleinen Imbiss und Sasuke starrte für einen Moment aus dem Fenster. Noch immer war das für ihn nicht ganz klar, was hier geschah. Noch vor 24 Stunden hatte er zu Hause gesessen und für seinen Bruder gekocht. Er hatte seine Schuluniform angehabt und hatte ein ganz normales Leben geführt. Jedenfalls war es für ihn normal gewesen. Dass er immer in sein Konto gehen konnte, wann er wollte, oder seinem Bruder einfach ein paar Scheinchen aus dem Geldbeutel zocken konnte. Dass er vor einem Plasmafernseher saß, der einer Kinoleinwand glich und dass er es immer warm und kuschelig hatte. Von dem riesigen Bett und der Seidenbettwäsche konnte er jetzt wohl nur noch träumen. Und jetzt saß er hier in irgendwelchen Pornoklamotten in einer Imbissbude und konnte nur noch von Nudelauflauf, Lachshäppchen und besonders von Schokolade träumen. Alleine wenn er daran dachte, lief ihm das Wasser am Mund zusammen und er fragte sich, ob er das Richtige tat. Doch in dem Moment rüttelte Naruto an ihm und sah ihn besorgt an. Ist alles in Ordnung bei dir? Du bist ja vollkommen weit weg. Was würdest du denn jetzt essen? Sasuke bestellte ein wenig perplex, irgendwas zu essen und rührte dann mit dem Strohhalm in seiner Cola herum. Als er Naruto musterte, wusstete er wieder, warum er hier war und es hier aushielt. Er wollte bei Naruto bleiben und außerdem wollte er sein Leben so leben, wie er dazu Lust hatte. Zwar hoffte er, dass sein Bruder nicht mehr böse auf ihn war, aber er wollte es auch nicht unbedingt herausfinden. Doch Naruto ahnte, was mit ihm los war und er stupste sanft gegen die Wange von Sasuke. Kann es sein, dass da jemand Heimweh hat? Schnell schüttelte Sasuke den Kopf. Ach was! Ich will nicht wieder nach Hause und ich habe mit Sicherheit auch kein Heimweh. Mein Bruder ist mir komplett egal, kapiert? Doch Naruto seufzte nur leise und stocherte dann in seinen Pommes herum. Das glaubst du doch selbst nicht. Wenn du willst, komme ich mit dir mit, wenn du mit deinem Bruder reden möchtest. Ist ja nicht so schlimm, oder? Doch Sasuke schüttelte wieder den Kopf. Er wollte auf keinen Fall, dass Naruto merkte, wo er wirklich herkam. Das war ihm irgendwie schon richtig peinlich. Meinst du nicht, dass dein Bruder sich Sorgen um dich macht? Meinte Naruto und kauerte weiter auf den Pommes herum, während es Sasuke nicht einmal schaffte, etwas zu essen. Es war beinahe so, als würde ihm jeder Bissen im Hals stecken bleiben. Er hatte sich auch schon Gedanken darüber gemacht, ob Itachi sich vielleicht Sorgen machte, ob er ihn vielleicht sogar suchte und sich den Kopf darüber zerbrach, was mit ihm war. Möglicherweise war es das ja und er hatte ein wenig Angst davor, dass Itachi vielleicht sogar zur Polizei ging, um ihn zu suchen. Dem war da einiges zuzutrauen. Nachher schickte der noch einen seiner Freunde los, um ihn suchen zu lassen und die, die er kannte, waren nicht gerade nur nett. Also seufzte er leise und sah Naruto fragend an. Meinst du wirklich, ich sollte ihm sagen, dass alles in Ordnung ist? Ich will aber, dass er sich erstmal ein bisschen Sorgen um mich macht. Wenn er dein Bruder ist, wird er das schon tun. Ich finde es nicht fair, wenn du so mit ihm spielst. Du musst ja nicht unbedingt wieder zu ihm zurück, wenn du nicht willst. Aber er sollte schon wissen, wo du steckst und ob es dir gut geht, meinte Naruto und kaute genüsslich weiter. Erst als er merkte, dass Sasuke in seinen Pommes nur herumstocherte und sie nicht wirklich aß, lehnte er sich zurück und nahm einen Schluck Cola. Hör mal, Sasuke, das bedrückt dich, das merkt man doch. Du kannst so lange bei uns bleiben, wie du willst. Aber ich habe auch keine Lust, wegen dir Ärger in Form von Bullen oder so zu bekommen. Und wenn dein Bruder so ein hohes Tier ist, dann ist er sicher schon bei denen gewesen und eine Hundertschaft sucht jetzt nach dir reichem Sohnemann. Darauf lasse ich mich nicht ein. Denn falls du es noch nicht bemerkt hast, hat jeder bei uns Dreck am Stecken. Ich will dich nicht hochgehen lassen, nur weil du dich nicht traust, deinem Bruder zu begegnen. Ich habe Verantwortung für die anderen. Das alles leuchtete Sasuke ein und er schob sich auch endlich eine Pommes in den Mund. Also gut, dann werde ich eben zu ihm gehen und ihm sagen, dass es mir gut geht. Aber vorher muss ich mich umziehen. Wenn ich so vor ihm stehe, fällt er tot um. Oder legt mir Ketten an. Und das noch in derselben Sekunde. Nuschelte Sasuke und Naruto grinste. Braver Junge. Und ich werde meine besten Klamotten raussuchen und mitkommen. Dann kann ich deinem Bruder sagen, dass du jetzt bei mir wohnst und wenn ich nur guten Eindruck hinterlassen habe, wird er sich sogar keine Sorgen mehr machen und merken, dass aus dir ein großer Bubi geworden ist. Sasuke verschluckte sich und sah Naruto strafend an. Doch dann mussten beide lachen und aßen in Ruhe gemeinsam auf. Zwar war Sasuke ein wenig nervös, was seinen Bruder anging, aber wenn Naruto an seiner Seite blieb, konnte das gar nicht so schlimm werden. Und er würde wirklich alles tun, um bei Naruto bleiben zu können. Irgendwie hatte er den Blonden gern und er wollte ihn näher kennenlernen. Zwar musste er sich in derselben Welt erst einmal zurechtfinden, aber dann würde schon alles gut werden, da war sich Sasuke sicher. Irgendwie würde er Naruto unauffällig aus diesem Loch heraushelfen. ihm helfen, ein geregeltes Leben zu führen. Kurze Zeit darauf machten sich die beiden auf den Weg nach Hause, um sich umzuziehen, denn Sasuke hatte wirklich keine Lust, dass Itachi ihm seinen neuen Job sofort ansah.